Musik Wir haben dieses Jahr überlegt, wir versuchen mal was eigenes zu erzählen, Premiere sozusagen. Nicht viel, aber so ein bisschen vorab, ein paar einordnende Worte selber. Es ist einfach sehr viel los da draußen, es passiert viel in der Welt und Leute machen sich Sorgen. Es gibt natürlich auch viele drastische Entwicklungen dieser Tage. Und wir können logischerweise zu ganz wenigen von diesen Sachen ernsthaft irgendwie beitragen und wirklich viel helfen oder viel Bewertung abgeben. Außer vielleicht zu den Sachen, die mit Marketing zu tun haben. Marketing ist das, womit wir uns zumindest ein bisschen auskennen und wir dachten, dann erzählen wir ein bisschen über Marketing. Außerdem ist es ja so, wenn man hier so eine Show macht, dann laden wir immer diese ganzen amerikanischen Speaker-Stars ein. Und das kostet eine Menge Kohle. Die fliegen First Class und Hotel und kriegen teilweise auch Honorare. Und da ist einfach kaufmännisch auch viel naheliegend, da zu sagen, erzählen wir einfach selber was, ist günstiger. Und wenn man dann Rockstars heißt, dann hat man es auch nicht viel kleiner als State of the German Internet. Das muss dann schon sein. Wobei die Wahrheit ist, was ich jetzt so ein bisschen erzählen will vorab, sind Marketingstrategien von deutschen Firmen oder vielleicht Ideen, wie deutsche Firmen Marketing machen könnten. So eine kleine Einordnung aus unserer Sicht. Als wir 2011 zum ersten Mal Rockstars gemacht haben, hier um die Ecke in so einer kleinen Uni mit 200 Leuten, da waren das hier die wertvollsten Firmen der Welt. Ölfirmen, eine chinesische Bank, damals schon Apple. Heutzutage, sechs Jahre später, sind das hier die wertvollsten Firmen der Welt. Am Ende Firmen oder sehr viele Firmen, bei denen Online-Marketing das Kerngeschäftsmodell ist. Die machen nichts anderes als Online-Marketing. Google, Facebook, auch Amazon macht Milliarden mittlerweile mit Online-Marketing. Ich glaube, man kann sagen, wir leben im Zeitalter des digitalen Marketings. Das ist natürlich für uns super hier, für uns, für euch in der Halle, glaube ich auch. Also, digitales Marketing. Jeder ist online. Solche Bilder, die überraschen einen ja nicht. Man wundert sich jetzt hier bei dem Bild nicht, was machen diese Leute da, weil das sieht ja so aus heutzutage an deutschen Bahnhöfen. Man fragt sich ja eigentlich viel mehr, was ist los mit dem Typen da? Wo guckt der eigentlich hin? Was hat der für ein komisches Leben, dass er in so einer Situation nicht auf sein Handy guckt? Und wenn man dann an so einer Präsentation arbeitet, so State of the Internet, und sich fragt, was ist los in Deutschland, und stellt logischerweise fest, alle sind online, dann ist eine der ersten Fragen, was machen Sie online? Was machen Sie da, wo Sie online sind, an Ihren Handys, an Ihren Smartphones? Welche Apps benutzen Sie da? Das hier ist die deutsche Homescreen. Die Apps, die in Deutschland am meisten benutzt werden, sind die, wir haben da die Browser rausgenommen, und ehrlicherweise war ich wenig überrascht. Ebay-Kleinanzeigen hätte ich jetzt nicht gedacht, der ganze Rest eigentlich ziemlich normal. Das hier ist die amerikanische Homescreen. Hätte ich ehrlicherweise auch ungefähr so erwartet. Das hier ist die chinesische Homescreen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt voraussagen können, aber die meisten Apps, die da drauf sind, die kenne ich zumindest so aus Funk und Fernsehen oder vom Branchenfunk. Nutzen kann man die schlecht, weil die Schriftzeichen einfach so ein bisschen schwierig zu entziffern sind. Aber die Botschaft ist auch gar nicht die App selber. Die Botschaft ist, dass in den USA 100% der Apps amerikanisch sind. Und in China 100% chinesisch. Und in Deutschland fast 90% amerikanisch. Das ist jetzt für uns eigentlich schon überraschend gewesen. Das war uns so gar nicht klar. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das will ich auch nicht bewerten. Das ist einfach erstmal so. Ich weiß nur, wenn es in anderen Bereichen so wäre, jetzt im Bereich Wohnungswirtschaft oder Immobilien oder so, wäre es auf jeden Fall ein Thema. Und wir haben uns eigentlich danach gefragt, okay, wenn das so ist, was heißt das für die deutsche Internetwirtschaft? Und um die deutsche Internetwirtschaft irgendwie zu greifen, die Internetwirtschaft besteht ja am Ende aus Firmen. Dann, wie macht man das? Wie greift man eine Menge von Firmen? Unsere beste Idee, das zu tun, war, einen Index zu bilden. Den German Internet Index. Darin sind Firmen, deren Kerngeschäftsmodell digitales Marketing ist. Oder, Entschuldigung, digitales, nicht Marketing, aber digitales irgendwo. Die sich an Endkunden rechnen, also B2C. Und die mal mindestens eine Milliarde wert sind an der Börse. Und diesen Index haben wir den GIGS genannt. Den GIGS erfunden sozusagen. Und so ein Index alleine hilft jetzt ja auch nicht so viel. Weil mit so einem Index kriegst du ja irgendwie nur eine relative Zahl raus. Und man braucht also irgendein Vergleichsmaß. Und ein sinnvolles Vergleichsmaß zu so einem deutschen Internetindex, also zu den deutschen Internetfirmen, die börsendotiert sind, ist irgendwo der DAX. So ist der DAX in den letzten zwölf Monaten gelaufen. Und dann waren wir ziemlich überrascht zu sehen, dass die deutschen börsendotierten Internetfirmen so gelaufen sind. Also gar nicht so stark in den letzten zwölf Monaten. Und das fanden wir zumindest mal interessant. Die Frage, die jetzt natürlich logischerweise kommen muss, wer sind das jetzt, diese deutschen Internetfirmen? Das sind die deutschen Internetfirmen. Viele der Firmen, zu denen ich wirklich eine persönliche Beziehung habe, deren Wohlergehen mir am Herzen liegt. Gestern mit vielen der Verantwortlichen ein Abendessen gehabt. Donata sitzt hier von Axel Springer, Ströhr ist dabei. Xing, die uns hier bei der Präsentation Daten geliefert haben. Zalando haben wir schon bei der Firma hinverkauft. Also alles Firmen, die mir persönlich wirklich glaubwürdig als Rockstars am Herzen liegen. Und wo ich irgendwie möchte, dass der deutschen Internetwirtschaft natürlich gut geht. Und wenn man dann sieht, dass die deutsche Internetwirtschaft schon 50 Milliarden wert ist, eine Summe, aggregierte Marktkapitalisierung, dann findet man das erstmal schon mal ganz cool. Aber man muss ganz klar sagen, diese Welt ist jetzt nicht mehr nur Deutschland. Wir leben in einem Plattformzeitalter. Das ist mir ein ganz wichtiger Begriff, den ich einfach mal hier so ein bisschen droppen wollte. Was heißt das eigentlich? Plattform, Zeitalter, Plattformökonomie. Wir leben in der Welt der Plattform. Es gibt halt da draußen extrem große digitale Plattformen, die ein richtig starkes Kerngeschäftsmodell haben und rund um dieses Kerngeschäftsmodell immer weiter versuchen, in andere Bereiche reinzugehen und neue Geschäftsmodelle auf ihr Kernbusiness zu ziehen. Und logischerweise dabei andere Businesses zu verdrängen. Du hast irgendwas Starkes und dann ziehst du immer weitere Geschäftsmodelle auf dich. Und da kann man sagen, ja, so Verdrängung und Wettbewerb, das gab es schon immer. Das gab es auch schon immer. Aber man muss einfach sehen, Plattformen und diese starken Geschäftsmodelle, die dann neue Modelle nach sich ziehen, das ist eine ganz andere Thematik in der digitalen Welt, in der Welt, die skaliert. Das sind absolute Biester, diese digitalen Plattformen. Und die deutsche Internetwirtschaft ist halt im Wettbewerb am Ende irgendwo hier oder da mit den ganz großen Plattformen der Welt. Und dann ist es natürlich für mich oder für uns bei der Recherche schon auch überraschend gewesen zu sehen, dass hier diese 50 Milliarden halt in einem krassen Verhältnis stehen zu dem, was alleine die vier größten Plattformen der Welt wert sind. Diese berühmten Gafas, Google, Amazon, Facebook, Apple. Vier Firmen sind irgendwie fast Faktor 50 größer als das deutsche börsennotierte Internet. Das ist schon irgendwo echt ein Wort. Zeigt, was da für eine Dynamik ist. Und dann kann man sagen, ja, okay, jetzt habt ihr euch hier die allerspannendsten vier Firmen, das sind sozusagen totale Outlier, habt ihr euch rausgesucht, nur die waren für euch irgendwie interessant. Und das ist doch irgendwie eine Ausnahme, das sind alles Ausnahmefirmen. Das mag sein. Und wir haben dann geguckt, okay, was wären dann die Firmen 5, 6, 7, 8? Was sind denn die nächstwichtigsten Plattformen der Welt heutzutage? Und wir glauben, die nächstwichtigsten Plattformen der Welt nach Gafa sind diese hier. Wir nennen das Bluen, Booking.com, LinkedIn, Uber und Netflix. Das glauben wir sind so die weiteren digitalen Biester, die da draußen liegen. Und diese Firmen, nur diese vier, sind auch mal Faktor 5 größer als die börsennotierte deutsche Internetwirtschaft. Das ist schon heftig. Trotzdem, schockt mich das jetzt, finde ich das jetzt irgendwie krass oder macht mir das Angst? Nicht unbedingt, man muss das auf jeden Fall im Blick haben. Aber es war ja noch nie so, dass deutsche Firmen die wertvollsten Firmen der Welt waren. Es war ja auch noch nie so, dass deutsche Firmen, die richtig gut funktionieren, die geile Produkte haben, unbedingt überhaupt börsennotiert sind. Vor kurzem habe ich gelesen, dass Tesla und Elon Musk sich jetzt auch für Tunnelbau interessieren. Allen Ernstes, Tunnelbau ist ein Thema für die Stars des Silicon Valley. Und da werden dann wahrscheinlich irgendwelche Leute im Vorzimmer von Elon Musk gesessen haben und recherchiert haben, was ist eigentlich los im Bereich des Tunnelbaus. Und dann werden sie gefunden haben, dass der globale Marktführer im Tunnelbau eine deutsche Firma ist, nämlich Herrenknecht. Die bauen die besten Tunnel der Welt. Und wenn ich dann immer so sehe, irgendwelche amerikanischen Stars, wenn sie es so richtig geschafft haben, dann tragen sie Kopfhörer von Beats. Diese Kopfhörer sind so häufig rot und so. Beats, die Story, vor kurzem hat Apple die übernommen. Und trotzdem, der Weltmarktführer, das offensichtlich beste Produkt im Bereich der Kopfhörer, kommt aus Deutschland und heißt Sennheiser. Und wenn man es im Silicon Valley oder anderswo auf der Welt so richtig geschafft hat, wenn man ganz weit vorne ist, was macht man dann? Dann kauft man sich ein deutsches Mittelstandsprodukt, wo wir in Deutschland die geilsten Produkte haben, kauft man sich eine Yacht, vielleicht bei Lürssen. Und so gibt es irgendwie Hunderte, vielleicht sogar Tausende, Michael Trautmann hat mir erzählt, 2000 Weltmarktführer im Mittelstand gibt es in Deutschland. Und das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und es gibt vor allen Dingen auch aus dem digitalen Space, gibt es mittlerweile Milliardenfirmen, deutsche Mittelständler, die Weltmarktführer werden. Wir glauben, das sind neue deutsche Unicorns. Das sind die Potential Unicorns, das sind hier die Unicorns, von denen wir wissen, dass sie Milliardenbewertungen haben. Und das sind die, von denen wir glauben, dass sie bald Milliardenbewertungen haben. Deutsche Firmen, Weltmarktführer aus Deutschland. Hier bei uns auf der Expo-Stage, gestern gesprochen, die Kollegen von Bubble. Software zum Sprachenlernen aus Deutschland. Oder Adblock Plus. Sehr, sehr eigenwilliges Geschäftsmodell. Muss man wirklich mögen. Die meisten von euch mögen es nicht, ich bin auch ein bisschen skeptisch. Aber man muss am Ende sehen, wahrscheinlich Weltmarktführer aus Deutschland und vielleicht auch bald Milliardenwert. Und ganz cool, freue ich mich sehr drüber, Pepper, MyDeals, die machen so Rabatte, Coupons. Der Kollege, der es macht, spricht hier gleich ein paar Stunden bei uns. Fabian Spielberger, die wenigsten kennen den, baut in Berlin eine Riesen-Company auf, die möglicherweise bald Milliardenwert ist. Oder zumindest mal eine. Und in Europa zumindest schon der größte Player im Bereich Cuperning und Gutscheinportal. Und trotzdem, obwohl es so tolle Firmen gibt aus Deutschland und obwohl wir so viele geile Produkte haben, muss man ganz klar sagen, das deutsche Internet befindet sich in einem massiven Spannungsfeld zwischen diesen globalen Plattformen. Gaffa, Bluen, wie sie alle heißen. Gibt es ja noch eine Menge mehr. Und das ist nicht einfach. Und das ist eine Challenge, für die ich echt sensibilisieren möchte, die wir irgendwie so als Digitalleute, als digitale Marketingleute vor uns haben. Und ich habe so Statistiken gesehen, dass viel zu wenig Leuten klar ist, dass es eigentlich da gerade passiert. Und als uns das klar wurde, haben wir uns natürlich gefragt, im eigenen Interesse, aber auch im Interesse von unseren Partnern, unseren Kunden. Am Ende, euch, sind wir sicher in dieser neuen Plattformökonomie? Ist das irgendwie was, was uns bedroht? Wenn man sich die Frage beantworten möchte, ob wir hier sicher sind, ob ihr sicher seid in euren Jobs, wenn ihr nicht bei den globalen Plattformen arbeitet, dann führt das automatisch zur nächsten Frage. Und die nächste Frage aus unserer Sicht ist, worin sind wir gut? Was können wir in Deutschland besser als andere? Und ich glaube, eine Sache, die wir in Deutschland wirklich richtig gut können, wo wir wahrscheinlich sogar, was wir glaube ich am besten können von allen Ländern auf der Welt, bin ich wirklich ziemlich sicher, und das ist Performance-Marketing. Wir können am besten Performance-Marketing. Ich habe Freunde, die werden eingeladen in Silicon Valley und nach New York, um dort bei den tollsten Firmen der Welt irgendwie SEO zu machen, beim Affiliate zu helfen oder irgendwie Performance-Marketing-Fragen zu optimieren. Wenn ich mir anschaue, wie deutsche Firmen Mobile-Marketing machen und dann schaue ich mir an, was zum Beispiel irgendwie eine Uber oder so für einen In-Store bezahlt, CPI von einer Uber, das ist kein Performance-Marketing. Das ist einfach monster viel Cash auf dem Konto und teuer Apps einkaufen. Das würden Deutsche ganz anders machen, das ist nicht Performance-Marketing. Und mein Lieblingsbeispiel ist das hier. Wir haben uns mal angeschaut, wie verhalten sich Wimdu und Airbnb in Bezug auf ihre Sichtbarkeit in der Suchmaschine, ihre SEO-Sichtbarkeit. Das blaue ist Wimdu und das rote ist Airbnb. Und an anderen Worten, im Bereich SEO haben die Kollegen von Wimdu aus Berlin mal die Kollegen von Airbnb aus dem Silicon Valley so richtig nass gemacht. Abgezogen im Bereich SEO. Nur, die Wahrheit ist auch, es hat nichts geholfen. Meine Mutter kennt Airbnb und ich kenne Wimdu von Gründerszene. Das ist ein bisschen das Problem heutzutage. Performance-Marketing, unsere Top-Disziplin, wo wir Champions League spielen, die reicht, glaube ich, nicht mehr ganz alleine. Wenn man das dann so realisiert, dann fragt man sich, okay, was ist es denn dann? Was reicht denn dann, wenn es nicht mehr Performance-Marketing ist? Und um das irgendwie zu beantworten, haben wir gesagt, okay, wir schauen uns mal an, was erfolgreiche Brands, was erfolgreiche Firmen richtig machen. Let's deconstruct, was tolle Firmen richtig machen. Und eine Sache, die erfolgreiche Firmen auf jeden Fall richtig machen, ist, sie haben ein ganz anderes Produktverständnis, als wir es bislang so hatten. Aktuell ist ja das Produktverständnis, was die meisten Leute so haben, die meisten Firmen, es gibt irgendwie ein Produkt oder einen Service, Dienstleistung. Dann gibt es Marketing und Sales und dann gibt es irgendwie Payment und Fulfillment und viele andere weitere Disziplinen. Und ich glaube, dass das nicht mehr modern ist, dass das nicht ausreicht. Wenn man sich große Plattformen anschaut, dann merkt man, das ist deren Produktverständnis. Das verschmilzt alles. Payment ist Marketing, Fulfillment ist Marketing, Sales ist Marketing, Marketing ist überall, alles ist mit einem verschmolzen und vereint. Es wird nicht mehr getrennt, es gibt nicht mehr die verschiedenen Funktionen in Firmen. Alles zahlt aufeinander ein. Das Produkt ist der Kern. Um das zu beweisen, klar, greifen wir erstmal in die oberste Schublade. Gucken wir mal an, was macht Amazon. Da gibt es alles zu kaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir kaufen ja nicht bei Amazon, weil es da alles gibt, vielleicht ein bisschen, sondern wir kaufen da auch nicht, weil sie jetzt viel Werbung machen und uns da permanent hinzwingen, sondern wir kaufen ja vor allen Dingen bei Amazon, weil es halt so einfach ist. Weil es halt Prime gibt. Weil man mit Prime mit einem Klick alles hat. Weil es halt mega angenehm ist, weil man kaum noch aus der Amazon-Welt raus muss. Und dann ist ja die nächste Frage für Marketingleute, okay, wie haben sie es hinbekommen, dass wir alle Prime haben? Amazon Video, einfach eine coole Idee am Ende. Wir wollen alle irgendwie Content sehen, haben sie gesagt, okay, wir machen mal Content, wir bieten mal Video an. Aber wenn du Video haben möchtest, dann musst du halt Prime-Kunde sein. Und auf einmal werden ganz viele Leute Prime-Kunde und erkennen darüber die Schönheit von dem Kauf bei Amazon und es greift alles ineinander. Es ist gar nicht mehr klassisches Marketing mit Werbung im Fernsehen, sondern es ist einfach Video-Content, den man nur bei Amazon über die eine andere Lösung bekommt, nämlich bei Prime. Und es geht weiter. Was ist das nächste Thema? Wie entwickelt Amazon sein Produkt am Ende weiter? Was kommt jetzt? Oder was kommt angeblich? Warten wir es mal ab. Es kommen diese Dinger hier. Diese Boxen. Echo und Alexa. Das ist jetzt ein Stück Hardware. Aber am Ende ist dieses Stück Hardware natürlich massives Marketing. Wenn du so ein Ding erstmal in deiner Wohnung stehst, in der Küche oder im Wohnzimmer. Härtere Kundenbindung gibt es ja gar nicht. Krasser als so eine Säule im Wohnzimmer. Wüsste ich nicht, wie man Kunden binden sollte. Außer vielleicht irgendwie, man schläft neben ihm ein oder so. Das ist ja brutal. Wenn man das einmal stehen hat, dann wird man immer das Amazon-Produkt benutzen. Nächstes Beispiel. Tesla. Auch da. Autos, okay. Sind nicht schlecht. Aber Audi macht auch ganz geile Autos. Die haben eine schöne App. Das ist auch ganz cool. Das passt ganz gut zusammen. Dann machen die Ladenlokale. Hier in Hamburg, im Hanseviertel, direkt neben Gucci, verkaufen die ihre komischen Autos. Da würde ich sagen, der Point of Sale ist das Produkt. Auch da, das verschmilzt. Und sie haben halt diesen Typen hier. Elon Musk. Wahrscheinlich der erfolgreichste Influencer dieser Zeit. Zumindest wirtschaftlich gesehen. Der Kollege hat irgendwie so knapp 10 Millionen Views. Jeden Monat. Auf YouTube. Alles organisch. Und Leute gucken sich, ohne dass er für was bezahlt werden muss, seinen Kram an. Der macht 90.000 Likes im Monat auf YouTube. Einfach nur auf Elon Musk. Die Leute, die sich Tesla kaufen, die kaufen sich ja irgendwo ein Stück Elon Musk. Der Gründer, der CEO ist Teil des Produkts. Du kaufst dir einen Teil des Gründers. Und, kleineres Beispiel, Casper. Die verkaufen Matratzen. Gar nicht so spektakulär. Machen das auch nicht schlecht. Aber was ich bei denen besonders überzeugend fand, ist, die haben halt so einen großen Glauben an ihr Produkt, dass sie sagen, du kannst das Produkt 100 Tage, und das ist eine Matratze, umsonst benutzen. Und wenn es dir nicht passt, kannst du es kostenfrei zurückschicken und wir zahlen auch noch den Transport. Das ist mal ein krasser Glaube ans Produkt. Ich glaube, heutzutage, Marketing fängt mit dem Produkt an. Du musst irgendwie, das Produkt muss so gut sein, dass die Kunden es wirklich haben wollen. Die Zeiten sind vorbei, wo du dich freust, sagst, ey geil, Sale gemacht, irgendwie jemanden zum Kauf bekommen, irgendwie jemanden ausgetrickst. Das reicht nicht mehr. Das Produkt muss wirklich geil sein. Und in der Growth Hacking Sprache, viele von euch kennen ja das Thema Growth Hacking, ein beliebtes Thema in der Marketing Welt. Was sagt der Growth Hacker dazu? Der sagt, you can't gain if you can't retain. Also, du kannst nicht wachsen, wenn du den Kunden nicht halten kannst. Das ist das Allerwichtigste. Can't gain if you can't retain. Okay, gibt es das jetzt auch für den deutschen Hausgebrauch? Ein bisschen eine Nummer kleiner, mal eine Schublade tiefer, oder müssen wir jetzt alle hier gucken, was im Silicon Valley los ist? Auf jeden Fall gibt es das auch für den Hausgebrauch. Das hier ist der Thermomix. Ein geiles deutsches Produkt. Erfolgsgeschichte. Und warum finde ich das so cool? Und warum will ich das hier in der Präsentation featuren? Weil ich einfach finde, wie die ihr Produkt verstehen, wie die ihr Marketing machen, ist halt wegweisend. Das Produkt ist nämlich gar nicht so einfach zu verstehen. Und deswegen bewerben sie es nicht mit Anzeigen oder mit Fernsehspots oder Bannern, sondern sie bewerben es nahezu ausschließlich mit so Partys, wo sich kochaffine Leute treffen und über das Produkt sprechen. Und sich gegenseitig zeigen, wie geil es ist. Und Thermomix, wir kennen die Leute, wir sprechen mit denen, die haben uns gesagt, wir bewerben das bewusst nur so, weil wir nur so sicherstellen können, dass Leute auch wirklich verstehen, wie es funktioniert und das Ding nicht irgendwo im Keller vergammelt, weil die Leute nicht wissen, wie man es benutzt. Nur wenn man weiß, wie schön es ist, wie es benutzt wird, dann empfiehlt man es auch weiter. Nur dann kommt sozusagen dieses Organic Word of Mouth. Auch so ein Growth Hacking Begriff. Organic Word of Mouth. Am Ende macht es Thermomix hier richtig. Ich glaube nicht, dass die diesen Begriff kennen, Organic Word of Mouth, aber die machen es einfach verdammt richtig, einfach zu intuitiv. Und was sie noch richtig machen, ist, sie machen dann auf einmal geilen Content. Sie bauen eine Plattform, sie bauen ein Produkt, wo alles dazugehört. Sie machen Kochbücher, die auf ihre Geräte einzahlen. Und die höchste Form des Lobs einer Plattform, eines tollen Produkts ist, wenn du nicht mehr den Content dafür selber machst, sondern wenn andere Content machen für deine Plattform. Gruner und Ja, freut sich, die haben ein Magazin für Thermomix rausgebracht und das ist eines der erfolgreichsten Magazine der letzten Jahre. ein Magazin für den Thermomix. Darüber freut sich Gruner und Ja. Wer sich noch mehr freut, natürlich Vorwerk und Thermomix. Kostenloses Marketing. Da ist das Produkt, da ist die Plattform massiv am Laufen. Ich glaube, man kann sagen heutzutage, your product is your marketing. Und wir haben in Deutschland, ich habe es ja am Anfang gezeigt, halt mal ein paar hundert, vielleicht 2000 Firmen, die geile Produkte haben. Die Weltmarktführer sind in ihren Produkten. Und das ist ja eine monster, coole Ausgangsbasis. Wir wissen, Produkt ist wichtig und wir haben sie schon da. 2000 Firmen haben schon Product Market Fit. Letztes Jahr war der Kollege Galloway hier als erster Referent. Ihr erinnert euch noch, der Typ mit der Glatze von der NYU. Scott Galloway. Und bei dem war das Glas ja nicht halb leer, da war das Glas schon halb ausgetrunken. Nach dessen Vortrag. Und ich war wirklich so, fuck, jetzt eröffnet er hier meine Konferenz und alle sind halb traurig. Und ich glaube, es ist halt falsch. Wir haben schon eine Chance. Es ist nicht einfach in der Plattformökonomie. Aber wir haben halt diese ganzen Produkte und Firmen da und könnten die digitalisieren und eine digitale Marketing-Idee nach vorne bringen. So, war das jetzt irgendwie alles, was wir haben? So Makro-Blick. Michael, würde das reichen? Du hast jetzt die große Weltliga hier gezeigt. Aber da sind jetzt ganz viele Leute, die haben kleinere Firmen. Ich habe eine kleine Werbeagentur. Wir wollen was mitnehmen. Hast du noch ein paar Tipps? Natürlich, Michael. Natürlich haben wir auch ein paar Tipps. Natürlich haben wir auch ein paar operative Tipps für euch. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier nur uns hinstellen und sagen, wir erzählen jetzt hier die große Makro-Story und dann gehen alle nach Hause und denken sich, scheiße, so Elon Musk werde ich morgen nicht am Montag. Oder ich kann jetzt auch irgendwie keinen Laden im Hanselviertel sofort mieten oder irgendwie entscheiden, dass wir jetzt 100 Tage freie Rückgabe machen bei allem, was ihr verkauft. Also wollen wir ein paar Sachen euch noch zeigen, die die Reise hierher und eure Zeit vielleicht ganz operativ wert sind, die ihr am Montag vielleicht anwenden könnt, wo man sagt, okay, cool, operativer Benefit hier aus der Reise. Das erste Thema, was ich dieser Tage spannend finde, ist das Thema Nischen-Influencer. Influencer, das Thema kennt ja nun jeder. Fashion und Beauty und so. Aber die Schönheit liegt in der Nische, glaube ich, heutzutage oder im Moment. Es gibt irgendwie Influencer für Handwerk, es gibt welche für Jogging, es gibt welche für Angeln, für all das gibt es Influencer. Und mein Lieblingsbeispiel, es gibt sogar Influencer für Sekretärin. Wenn du also irgendwie Büroartikel verkaufen möchtest, dann gibt es irgendwelche Sekretärin, die haben 40.000 andere Sekretärin, denen bei Facebook folgen und kann man den Sekretärin sagen, oder der einen sagen, ey, postet doch mal was über meine Büroklammer und werden wahrscheinlich tausend von anderen Sekretärin sagen, oh, wenn die cool ist, kaufe ich die Büroklammer auch mal. Das ist eine neue, in der Nische, guckt nach eurer Nischen. Und es gibt sowas, letztes Jahr war der Jahre und Galei hier von Outbrain, das heißt Content Recommendation. Und ich glaube, viele Leute haben es immer noch nicht ganz verstanden, was Content Recommendation ist. Solche Screenshots, aktuell. Da sehe ich als Marketingtyp sofort, da geht was. Da ist irgendwie ein Startup-Bubble, die super smartes Content Marketing machen, sehr agil sind, die so einen Menschen erschaffen haben, der so einen Bart hat und irgendwie elf Sprachen spricht, den jeder kennt. Einfach nur mit Content Marketing. Das machen deutsche Firmen auch. Legatus, Plista, daneben halt Outbrain, Tabula. Der Adam von Tabula ist auch hier gestern gesprochen. Und daneben Affiliates. Smarte Startups, Affiliates, die am Ende nur leben, um schnell eine Marge zu machen, die irgendwie kurzzeitig hier Cash machen wollen, die erkennen, wo Media gerade günstig ist. Wenn solche Firmen auf einmal nebeneinander auf einer Werbefläche auftauschen, dann weiß jeder Performance-Marketing-Typ, André wird mir da recht geben, sofort Bauchgefühl, oh, da ist irgendwas, da geht irgendwas, da ist irgendwas günstig. Mal hinschauen. Also ist mir auch klar übrigens, dass man hier nicht auf dem ersten Klick Geld verdienen kann, aber es verkaufen kann. Du kannst hier nicht irgendwie, wie bei AdWords, eine Anzeige schalten und sofort hoffen, dass es verkauft. Man muss sich da ein Funnel bauen, das ist ein bisschen komplexer, aber die Chance ist da. Und das nächste Thema, und einige, die jetzt hier zum ersten Mal sind, die werden sich denken, was ist mit dem Western-Mail los? Ich komme hier 2017 zu einer Konferenz und der erzählt mir von einem tollen neuen Marketing-Channel, der heißt Podcasts. Ich glaube es aber wirklich. Ich meine, die, die uns kennen, die wissen das, selbst der größte Podcast-Fan. Podcasts erleben totales Revival. Wir haben alle diese Smartphones, da ist die Podcast-App vorinstalliert. Dann haben wir alle diese Kopfhörer auf, Generation Kopfhörer und wir sind alle gewohnt, unseren Medienkonsum genau zu programmieren, dank Netflix und Spotify und so. Nichts anderes ist Podcasts. Es wird immer weitergehen. Wir werden immer mehr Podcasts hören in Zukunft, bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn man sich das anschaut, aktuell in Deutschland, das sind die iTunes-Podcast-Charts. Fairerweise, wir haben einen Screenshot genommen, wo wir selber auch drauf sind, anders geht es hier nicht. Wir sind immer so zwischen Platz 30 und 50 in guten Wochen und daher weiß ich ziemlich genau, wenn man da ist, dann hat man irgendwie so 15.000 Hörer in der Woche. Wenn man ganz vorne ist, dann hat man so 100.000, 200.000 Hörer in der Woche. Das ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Das ist auch nicht so viel, aber es ist nicht so schlecht. Und trotzdem finde ich es interessant zu sehen, dass in diesen Podcast-Charts nur die Podcasts, die jetzt hier noch nicht ausgegraut sind, dass überhaupt dort nur Werbung stattfindet. Alle anderen Podcasts machen gar keine Werbung. Und die machen keine Werbung nicht unbedingt, weil sie das nicht wollen, sondern weil sie einfach gar nicht drüber nachdenken, weil sie das irgendwie noch gar nicht für sich entdeckt haben. Ich bin mir sicher, wenn man da anruft und sagt, ey, ich würde gerne in deinem Podcast werben, ich gebe dir ein paar hundert Euro, für ein paar tausend Euro, dann machen sie das. Dann kauft man sich da ein paar hunderttausend, ein paar zehntausend Hörer für ganz kleines Geld. Und das Coole beim Podcast ist, wir haben da so Studien gesehen, dass jeder Zweite, der in einem Podcast Werbung hört, nachher die Seite des Werbetreibenden besucht. Ist ja dann auch bei 200.000 Hörern, wenn dann 100.000 Mann auf die Webseite gehen, hat man auf jeden Fall mal einen richtig guten CPC sozusagen. Die Podcast-Klickrate ist ja nicht schlecht. Dann nächstes Beispiel, auch da werden jetzt einige denken, wo bin ich hier reingeraten? 2017, er erzählt mir von Podcasts und dann kommt man um die Ecke mit Ladenlokalen. Ich glaube, das neue Marketing-Instrument dieser Tage sind Ladenlokale. Jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt in Kiel oder in Pinneberg oder in Bremen, sondern Ladenlokale in Städten, die selbst Plattformen sind. Auch Städte sind ja Plattformen. Städte wie Hamburg, vielleicht Berlin, London, dort, wo jedes Wochenende Tausende von Menschen einfallen, dank irgendwie Airbnb und Billigfliegern und dort irgendwie shoppen und Zeit ziehen und sowas machen. Diese Städte sind ja selber Plattformen geworden. Und wenn man dort in den richtigen Lagen ein Ladenlokal hat, dann ist das wie ein Billboard. Das ist nicht mehr da jetzt Cashflow generieren, das ist da Marketing machen. Und wir sehen, dass ganz viele amerikanische, digitale Startups aus den USA das machen im Moment. überall öffnen die Läden. Ja nicht, weil sie wirklich eine Ladenkette werden wollen, sondern weil das ein gutes Marketing ist. Und wer hat das erster gemacht? Wer hat das Shop-Marketing erfunden? Apple hat es erfunden. Mir sagen mal Leute so, hey Philipp, schon ganz schön krass, Apple, wie die das machen, so wertvollste Marke der Welt, ohne viel Marketing. Mit einer vergleichsweise zu deren Umsatz super kleinen Marketingquote. Na ja, die Wahrheit ist, das Marketing von Apple in der Bilanz steht halt nicht im Bereich von Marketing, sondern es steht im Bereich von Immobilien. Wie auch immer Immobilien bilanziert werden, dort stehen die Kosten. Apple hat 750 Läden in den besten Lagen der Welt. Bessere Geschäftslagen gibt es gar nicht. 750 Mal. Die zahlen Milliarden jedes Jahr für ihre Geschäfte. Und die Geschäfte sind das Marketinginstrument. Das ist ein bisschen das Geheimnis. Und ich habe es auch, als ich zum ersten Mal hörte, dachte mir, ja, okay, krass, stimmt eigentlich. Da, so geht deren Marketing. Nicht irgendwie jetzt über die Fernsehwerbung oder den Banner. Und letztes Beispiel. Wenn man jetzt ein Produkt verkaufen möchte, das ich mir vor kurzem angeschaut habe, nämlich ein Boxspringbett. Kennt ihr diese Boxspringbetten, die man so aus amerikanischen Hotels kennt, die ganz bequem sind und immer mehr Deutsche wollen sich jetzt auch in ihre Schlafzimmer stellen. Wenn ich jetzt also ein Boxspringbett verkaufen wollen würde, ich wäre jetzt ein Bettenshop, dann könnte ich hingehen und das bei Google verkaufen. Dann sähe das so aus. Ich gehe irgendwie in meinen Account, meinen Google AdWords Account und kann da irgendwie für ein CPC von 2,11 Euro auf das Keyword Boxspringbett Anzeigen schalten. Auf jeden Fall eine valide Möglichkeit. Und, was aktuell möglich ist, ich kann auf einer anderen großen Plattform, die die meisten halt nur als Handelsplattform wahrnehmen, die aber natürlich mittlerweile auch eine Marketingplattform ist, dort kann ich auch Werbung einkaufen. Ich kann zu Amazon gehen und exakt das gleiche Keyword in einem nahezu ähnlichen Interface für ein Viertel des Preises kaufen. Das wird natürlich niemals so bleiben. Aber das ist natürlich aktuell für alle, die Boxspringbetten verkaufen wollen, gigantisch. Bruchteil der Marketingkosten für genau denselben Hebel am Ende. Vielleicht sogar noch einen stärkeren. Bei Amazon haben wir ja gelernt, so schnell kaufen kann. In einem Land, das Performance Marketing Champions League spielt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt hier bei uns, da wird das nicht lange so bleiben. Aber aktuell ist das so. Und es ist nicht nur bei Boxspringbetten so, es ist bei ganz vielen Produkten aktuell so. Nicht lange, aber hier ist ein Fenster und dieses Fenster wollte ich euch mitgeben, vielleicht für den einen oder anderen eine Opportunität, die man nutzen kann. Das waren die fünf Quick Wins, die hoffentlich hier eure Zeit schon mal ein bisschen rechtfertigen. Das war sozusagen unsere Worte vorab. So ein bisschen auch ein kleiner Appell von uns, wir wollen ein bisschen was beitragen, denkt über Plattformökonomie nach, denkt über unsere Chance nach, seid jetzt nicht so Galloway-mäßig halb leer. Es ist auf jeden Fall halb voll, es muss nur richtig gemacht werden. Das war es von uns. Das war es von uns. Danke.